hei 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 viele feine dem wen trau ich zu die drachen und am besten dieses kettlich habe ich dachte ich ganz ehrlich niemanden niemandem ich habe echt sehr für sorgen und das ist aber schön dass viele schöne fußmattel ja das bringt man nicht ich hoffe auch dass es in einem stück machen auf der ziemlich sinnlos wir fangen einfach mal hier bitte lasst mich echt leben ich mag es wenn sowas eingesetzt wird das krieg ich wenigstens noch platt dann sehen wir wahrscheinlich ruby konzern würde ich jetzt mal ins blauen hineinraten erst mal hier da ist ein teleport wo kann ich am besten lang gehen da kann ich zum beispiel ja ich plane jetzt meine schritte vorsichtig was haben sie mir anzubieten müsste hoffentlich auch ein progen oder die entdeckung mit dem kram und stimmt dass er die anderen wenn ich hätte offensichtlich die 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 das schon wieder teleporter ich wollte schon wieder telefon sagen ich hätte aus wie die den körper noch mal suchen können bis die den körper zum alter das ist gar nicht das ist kein bisschen knapp nein kein bisschen mein gott das war heftig und ich tausche mal lieber aus ich benutze die beiden der letzte zeit sehr gerne weil ich frisch im liebten drin ach das sind start und mit dem man träger ich will aber noch gegen den trainer kämpfen macht das mal zurück ich will noch gegen den trainer kämpfen die wir sind ja dann wirklich so viele leute sein und du hast irgendwas auf den ich hatte doch gewartet ich jetzt mal auf gift ich weiß ich hoffe du bist vergiftet das ist wahrscheinlich feuer und drache das war die sparen kommt jetzt ja es kommt übrigens frei schreibt man mit doppel team möchte ich den wettel herren baron noch auf dem weg geben es ist jetzt nicht genau so wie ich mir das vorgestellt habe es ist genauso blöd wie das andere aber nicht nur dass es die blaue Version ist ihr versteht schon es ist jetzt nicht dasselbe Pokémon nur in blau aber es sieht halt trotzdem genauso blöd aus warum habe ich gerade schon mal so Angst gehabt vor dieser Arena bisher jetzt ziemlich einfach aus ich kann mir allein die ganzen Kapi ja immer wieder zurückholen mein Beispiel ich sollte mit meinen Giga-Songer einsparen auch nicht dass ich dem Feuer schon verschwende ich habe das noch ein ich habe den bloß noch einmal das jetzt auch nicht ich muss auch noch Steine so schieben dass die genau da wir kämpfen jetzt mal weiter bevor ich mir das ganze angucken zur Not kann ich auch einfach mein Mann durchgeschickt benutzen und dann reden wir hier gar nicht darüber ob ich irgendwelche Pfeile oder Steine oder was auch immer habe und dann bin ich da oh ja komm in meine Arme übrigens ein Kind wohnt oh yeah es ist schwervergift und es ist sogar noch schnell besiegt noch mehr als Rüstal noch mehr besiegt yeah da war noch eine Träne denn nämlich da treu ich den Fall gar nicht mehr so umkehren müssen ich kämpfe ja so oder so gegen mich weil ich dich von unten anspälen kann was haben wir denn dann ist ein Drachen Pokémon oh man klingt so wie ein Sehbeuer machen wir das hier oh yeah ich brauchst eine Verteidigung nicht steigern müssen sagen wir sind da cool ok das ist die Weile der Weile von Plutus oder was von der oh yeah Mampf ich mampf dich leer yeah oh yeah oh das sind wir sehr viele seltsame gestalten in dieser Arena und was kommt jetzt Seedrekking oder was ok dann müssen wir jetzt so schwierige Schütze ausbauen hier aber ich kann da lässt sich nicht so leicht verhören das weiß ich Sein Kanto macht das schon oh my god what is that shit ich hoffe du bist anfällig gegen Flugattacken das könnte ne er kann ja kein KS es muss ja ein Drachenflug sein eigentlich oder auch nicht Pech für dich würde ich mal meinen ja dann machen wir es einmal Rucksack-Kick und dann zack richtig entschieden würde ich mal meinen ne an dieser Stelle na wunderbar ok so ja das wollte ich nämlich anmerken ne irgendwas war ganz komisch wie einfach so regeln was ich erst mal gucken ja sehr cool du bist wenigstens eine ähnliche Haut ok wie machen wir die Kappe jetzt hier ja ich hab keine Ahnung ja ja ok und das ist das wo die ne ne ok etwas komisches tun hi hast du Bock auf blitzern ja ich weiß ich stehe echt nicht komisch unter anderem von dieser arena hat so weil ich keine effektiven attacken habe heißt es und dann kann ja nicht dass ich kein leichtes spiel haben muss dass er sich dafür wichtig nach einem kinderspiel aus ich hab ein wirklich gutes team mittlerweile muss man einfach sagen ok ok wenn ich aber äh äh ich hab die Pläne Tschüss oh mein Gott sie ist wunderval besser und das nochmal zwei ja klar ich werde jetzt nochmal raus gehen meinen Pokémon Team heilen und dann geht's los mit dem Arenakampf und das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein jetzt kommen wir doch zu dem tolle Lineleiter ich würde mich ein bisschen enttäuscht dass wir ja keinen Doppelkampf haben wie im Original vielleicht in der achten Arena maybe oder in der Pokémon Liga sogar womit fangen wir denn an ich würde einfach sagen wir fangen mit Kocken an das hat mich vorher auch ganz gut eingehauen oder wegen Pokémon oh yeah 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 du darfst zu viel guck mal lass uns einfach tanzen und zwar nicht so dead hier wie Hooli aber lass uns trotzdem tanzen cooler Sport sie hat nur zwei Pokémon was und nie nie nicht das Ding warum das Ding denn und vor allem ist es doch ein Doppelkampf ok hier vor allem Level 38 äh Level 38 bin ich ja Level 44 ich hab's unterschätzt natürlich mal wieder mal wieder mal wieder scheiße äh ich was hat dich denn als schlimmere Bedrohung ein ich hab's ich weiß nicht ich mag Freach nicht ich will das Ding mit hab ich Doppelkampf aus jajajaja hör mal aus bitte weiter oh mein gott das wird doch nervig ähm Donnerblitz Um Gottes Willen, ey. Ich hoffe, ihr haltet jetzt defensiv was aus, Leute. Okay. Wenn die beide auf eines gehen, vernichten sie sofort eines von mir. Das ist dumm. Oh, das ist nicht effektiv. Ja, das war's. Das wird nix. Das wird nix. Scheiße. Das ist dumm. Nee, das ist blöd. Yeah. Gut. Ich muss mal ne Strategie überlegen. Da ist nicht was effektiv gegen die ist, ey. Los geht's wieder. Ich hab jetzt nur nehmt für das Team entschieden, hier. Mal gucken. Ja, also ich jetzt, das... Ich mag das wieder, wie gesagt. Ich will das unbedingt wegnehmen sofort. Ich versuch mal wie die beiden. Ich versuch doppelte Angriffe auf eins. Okay. Das ist... Die sind auch noch schneller, vor allem. Das ist, also, meistens, zumindest nur Raikanto-Bara... Alter Schweden. Das wird kacka, wie sonst das. Das wird ganz, ganz großer Mist. Gleich mal das da machen, weiß ich nicht. Ich hab keine Strategie, oder? Das wird doch eh gleich geheilt werden. Ähm... Komm, 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 wenn ich die CSDs verletze... Yes! 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 Jetzt, komm, komm, jetzt ist alles drauf. Alles drauf. Irgendwie... Und du müsstest eigentlich... Es hat sich gerade geboostet, das andere Ding, ne? So ne Scheiße. Aber ich müsste... Das Ding ist schon mal weg. Das Teil wäre schon mal weg, ja. Oh Gott. Bloß, was nun? Das... Ich glaub... Ich weiß nicht. Ich glaub nicht, dass ich das Teil noch weggehe. Die ja sogar. Ah, ich werde auch immer genau das Ding an. Das ist sinnlos. Masse, Elfie. Ach, du Scheiße, ey. Das sieht ja gar nichts ab. Ich hab nichts Gutes. Ich hab keine guten Attacken dafür. Oh yeah! Wahnsinn! Das ist großartig! Bo 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 bo! Ich sehe diesen Arena-Kampf absolut entspannt... Äh, entspannt. Sie hat doch entspannt entgegen. Das ist ein guter Kampf. Ich mag den. Ne, we will. Du wirst sowieso keinen Schlag aushalten. Oh, guck, guck. Wow, Cocknatt hält sogar was aus. Ja, aber ja... Doof nur, dass es egal ist, weil ich da nicht wirklich reinhauen kann. Ich zieh nichts ab. Ich hab keine Attacke, die dem sie irgendwas macht. Gut, das bedeutet natürlich nur eine einzige Sache. Wir werden diesen Arena-Kampf verschieben. Und dieser Mann möchte nicht weg. Das heißt, wir machen jetzt noch was anderes. Hölle Rek найдet Knallacker. Gut, das ist ja selber. Dann wieder einen'mativen Getач. ige Leute zu auf dem Ohr, weil wir genau so tun wie das und담ken.